So, weiter geht's hier jetzt. Wir haben gerade Phantom Sicht. Und ernten das Schiff. Das heißt Racket Ship, warum auch immer. Sieht, finde ich, nicht aus wie ein Schiff, sondern eher so wie so ein... Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht wie ein Schiff. Boah, was halten die denn aus, Alter? Willst du dich verarschen? Dann mach was mal anders. Boah. Stirb. Boah. Alter. Überhaupt nicht übertrieben. Okay, das... Die Tür ist zu. Das heißt, du musst wahrscheinlich alle Gegner besiegen. Zwei Super Missiles. Ach du Scheiße. Was ist hier? Nein, 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 nein. Ei, 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 ei. Ist das hier noch etwas Schönes? Ähm. Okay. Okay, Ovis ein Mizzle-Tank. Den habe ich jetzt echt keinen Bock zu holen. Das ist mir jetzt sowas von egal. Ich habe echt Besseres zu tun, als hier irgendwelche... Keine Ahnung, Wände hochzuklettern. Stirb. Ja, wir merken schon. Wir kommen so langsam in den Wasserpart. Allerdings fehlt uns für Wasser noch etwas. Und zwar eine passende Rüstung. Wir haben jetzt bis jetzt nur die... Oh. Okay, wir hangeln uns jetzt hier lang. Mit riesigen Sprüngen. Und... Ach, geschafft. Ich brauche mal ein bisschen dicht. So. Ähm, okay. Und das Geistern geht auf einmal nach unten. Warum auch immer. Wir werden es nie verstehen. So, okay. Natürlich. Ich meine mich zu erinnern, dass hier... noch was ist. Es war nicht nur das hier. Genau, hier geht es noch lang. Hier ist noch was ganz Schickes. So. Rein da, rein da, rein da. Oh. Du auch. Rein da, rein da. Mittel. Sauber, Samus. So. Und hier ist die... berühmte... Gravity Suit. Jetzt können wir auch unter Wasser so hoch springen, wie wir wollen. Wow. Yippie. Okay, jetzt haben wir hier... bisschen was geschafft. Der Background total im Eimer. Warum auch immer. Jetzt, ähm, sammle ich erst mal ein bisschen was. Was wir vorher noch nicht sammeln konnten. Damit wir mal ein bisschen... Vorrat kriegen. Weil die Gegner, die jetzt bald kommen, die sind nicht so leicht. Und ich hab echt keine Lust zu verrecken. Also geht's los. Nein, das war gar nicht gut. Man sieht schon deutliche Unterschiede zwischen Feuer. Los, geh weg. Danke. So. Hier ist unser Schiff. Und hier... geht's rein. Ja. Alles voller Säure. Und diese ekligen Greifer. Du musst uns nicht anfassen. Wir finden den Weg. Aua. 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 Nicht gut. Aua. Nein. Nein, lass mich los. Auf mich los. Nein, nicht loslassen. Oh. Wir wollen hier rein. Aua. Aua. Ja gut, das mach ich jetzt einfach mal riskieren. Diese paar AP. Energie-Tank. Wahnsinn. Nummer 5. Schneller, 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 schneller. Aua. Aua. Alles voller Stacheln. Okay, ich weiß jetzt nicht. Wie war das nochmal hier? Aua, ich schau dir in der Säure. Au. Alter. So, das hier, diese Stelle, die finde ich so fies, weil man kriegt immer nur, ja, obwohl, wenn man beide gleichzeitig aufmacht, also in der Mitte so reinspringt, dann kriegt man beide, aber sonst ist eigentlich nur einer möglich. Ich habe jetzt gerade versaut und kriege nur einen. schade eigentlich, ich hätte gerne beide mitgenommen. Ich würde gerne hier runter. Natürlich, wenn man keine mehr hat. Ich kann auch schon mal aufmachen, später. Ich würde mich aufmachen, später. Was ist mit euch los? Boah. So, jetzt erkucken wir doch mal diese Türen hier. Was haben wir denn hier schönes? Sieht unnütz aus. Sehr schlecht bewacht. Ja, die Map, die brauchen wir nun wirklich nicht. Also dieses Gerät, was ihr gerade gesehen habt, das zeigt euch die ganze Map von diesem Bereich. Ist für uns jetzt uninteressant, weil wir nicht die ganze Map abklappern werden. Da wollen wir mal rein. Ein Speicher, denke ich doch. Genau. So, was ist jetzt hier drin? Muss ich mir Sorgen machen? Okay, ich erinnere mich, dass nur ein Missile-Dings, was uns die Missile auffüllt. Also nichts zum Reingehen. Uninteressant. Boah, was denn lag. Ja, wir fallen jetzt hier runter. Man sieht, geht's noch weiter. Nein. Aua, 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 aua. Böse Teile. Ähm, ich mach an die Darstelle mal einen kleinen Break. Und wir sehen uns im nächsten Patter. Dann, bis gleich.